Eine wahre Geschichte nach wirklichen Ereignissen aus ganz anderen Filmen. In einer Welt der Kunst und der Kultur. Ihre Musik bewegt mich. Es geht nichts über ein bisschen Bewegung. Unter Menschen von Geschmack und Lebensart. Ihr Hundchen hat so einen erstaunten Blick im Gesicht. Weil sie in sein Hinterteil blicken. Oh, dann wird er das Leckerli, das ich ihm gerade reingesteckt habe, wohl kaum genießen können. Einem genialen Virtuosen... ...wird übel mitgespielt. Lauren? Sie sind nicht Lauren. Sein Gegner ist ein einarmiger... ...einbeiniger... ...und einäugiger Mann. Ich bin unschuldig. Jetzt mach doch mal Platz. Jetzt ist er... Ich hab eine Kanone. Nicht hier, aber ich hab eine. Wir haben einen Mörder auf der Flucht. Amerikas meistgesuchter Verbrecher. Er braucht eine gute Tarnung. Die Oma ans Koma. Der Mame zopft von den Topf. Intensiv? Sehr intensiv. Muss jeden Zeugen checken... ...und jedes Risiko eingehen... ...um seine Unschuld zu beweisen. Es ist aus, Harrison. Ich werde zu Unrecht beschuldigt. Ich weiß nicht, wieso. Wieso? Ich weiß nicht. Das neue Meisterwerk. Mann über Bord! Von den Machern von Hotshots. Und Hotshots Teil 2. Leslie Nielsen ist... ...sehr verdächtig. Und das ist nicht einfach ein Film. Vorsicht! Der Kerl hat ein Bein! Das ist der Film aller Filme. Da bin ich genauso sicher, wie das da eine Anaconda ist. Sehr verdächtig. Es ist, als würde ich fliegen.